ja, also ich hab so einen HB ja, nicht, ja, an den Capstone, an den Centstone auch du, Goom, oder was? meint ich hab viel mehr, oder was? ich glaub du hast fünf so läuft nichts zu uns rein ja, aber warum hast du dir denn Schmerzen zugefügt? das bedarf ich gar nicht denn doch das war halt die Böse Gravitation der Gravitation ein Töpfe treff dann gib mir mal bitte den anderen Klöppel, ich will den Peter Klöppel also, das hab ich ganz klar ach, scheiße, ich bin nicht vorhin brauchst du ne Leitern, oder so? geht schon, geht schon das krieg ich schon irgendwie hin jetzt ich hab alles dabei eigentlich du hast alles dabei entzackt mich, dann lauf ich mit Steinköppel rum Steinkacke also ja, Kacke aus der Steinzeit Très interessant Problem ist, hier ist wirklich irgendwie gefühlt nichts gespawnt, ey ja mh, wahrscheinlich alles in den Gaze das hab ich die ganze Zeit gesagt mein Gott ich bringe halt wieder Material hin das ist, das deshalb pass ich den Job braun wir nicht braun wir nicht, wenn wir haben genug ah ihr? ja ihr hallo Schaaf dann beschneißt es nicht, dass Domme im anderen Team ist? nö, warum will mir draus den Atelier eingehen ich höre ein Skelett, wieso höre ich ein Skelett? weil es auf dem Baum ist nein, weil es da steht sehr schade wo ich steh? ah, wieder oben Mp, du Idiot Mp, du bist jetzt endlich mal gestorben nein, aber hat mich fast umgebracht oh fuck, ich höre ein Zombie und ich muss hier weg warum kannst du es nicht vernünftig vermasseln? ah das? weil das schon dumm genug war jetzt wieso? ach, ich weiß gar nicht wissen was ich hier mache was ich hier mache nein, nein, wir haben Essen wir haben Essen ach egal ach so, das ist vorher kein da hinten sich noch was so perfekt ich geh auf jeden Fall jetzt nichts mehr raus ich hab noch zwei Herzen und das ist dumm ja, dreimal kannst du raten, was ich gerade mache oh, ich hab nen Bogen und Pfeile deswegen guck mal hier runter findest mal Bogen und Pfeile? Bonsaii ja ich hab hier oben eine Truhe mit ganz viel Zeug drin ja, den Ball kann ich da nicht reinstellen du findest das ja ganz schön Chris, der Plan ist eigentlich, dass du wächst aber ich glaub's irgendwie fast nicht und schmelzt das Eichwort das Problem ist, dass wir so, wenn das so weitergeht noch die nächsten dreiviertel Stunde aufnehmen müssen scheiße ja, ja 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 ich hab die nicht gesehen 0,0 also wir haben schon mal wieder eigentlich ich geh da mal wieder raus zumindest hab ich jetzt keinen Hunger mehr ja der einzige Vorteil ich sollte vielleicht mit meinem Herz nicht rumlaufen Goom muss jetzt einfach was zu essen besorgen das ist das Problem und wir könnten unsere Minecraft annehmen das ist ja spiel die Nahrungsversorgung in die Hand eines 15-16-Jährigen zu legen ist, naja ist ja nicht ins Wurzel ok man wir werden alle verhungern wir werden alle verhungern ja nein äh dumm wo ist das für den der Kreis hallo Zombie 2 Zombies ich hab keine Lust noch nur 2 Stunden aufzunehmen ich würd schon Zombies mal ja nicht kommen also wir müssen auf jeden Fall verlängern auf eine Stunde mindestens mindestens ja weil wir sind jetzt schon bei 42 Minuten 42 Minuten das die Leute freuen sich doch wenn wir nicht mehr sehen können ja ja schlitt dich das will ich gar nicht das ist ein Special ja 100 Videos das sind 100 Videos ja ach Blitzwirke das muss 100 Minuten sein genau DÖ DÖ ne eigentlich muss das 100. Video 100 Videos lang sein was genau wir machen das 100 kleine Videos ich parted das ist ganz einfach wir machen das so wir nehmen 100 Minuten lang auf und ich parted das in 1 Minuten Stücke die Idee find ich gut Ingenious 200 Videos hä nein nein das musst du 99 Videos auf spalten und dann haben wir ja und dann machen wir dasselbe auf 200 Videos nochmal genau genau dann haben wir nämlich 200 ich hab jetzt die perfekte Idee aha ist nix da die Klammelfleche einfach so auf den Boden kommt erstmal viel Spaß ist gut wenn ihr jetzt was zu essen organisiert dann können wir gleich mal angreifen gehen sonst bringt das ja alles nix das kommen wir ehrlich jetzt nicht ich bin grad dabei mann strech mich mann ich bin auch grad dabei ich strech mich nachher dann tue ich Leute Leben pickt ihr uns nie ihr Schweine neun Johnny tu das nix schlicht aus ihr Reifen also nein aus schweine scheiß ja oh der hat mich nicht aufgebracht so kum ist ne es ist ne wir führen wieder wir führen wieder da ich bin jetzt zu ich bin jetzt zu genau wir tragen das jetzt wir tragen das jetzt anhand der Dummheit der anderen aus ganz einfach hahaha immer noch langweilig ich kann es immer noch ändern wappen 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 es wird sein reiß dich und jemand anderen in den Tod bitte nein wenn er das tut wenn er das tut will ich euch töten ach man das tut man ja das 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 um gehört nicht zu uns ins team ne nein gut komm her ganz ehrlich wieso hast du dich nicht geduckt und hast dich wieder verpisst weil ich weil ich direkt unter den Weg war weil ich direkt hinter den Weg war found der Base dö 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 uh gut mach jetzt keinen Scheiß ich hab's ich hab's weggeschlagen ich hätte Fackeln mitnehmen sollen aber ich hab ja so einen riesen Kohle noch hat gefunden das ist nicht mehr schön hab Kohle einfach schon fast wieder gesehen wunderbar wunderbar reden wir uns einmal eins oder auch nicht ähm Jan ja was genau hattest du mit dem Weizen vor abbauen und Essen draus machen ja welches essen Brot halt die Fresse ich glaube für was anderes hab ich das Material nicht verlängern hm komm sieh auf 15 minuten hm scher wo genau haben wir hier ne Höhe dass du mir entkommst so gern hm Wasser auch gut ich hab keinen Plan wie man Brot craftet achso ok wie in Minecraft ok unterwegs Jan mit Diamanten bring Essen mit ja ich hab kein Essen ich hab kein Groschen ich hab kein Groschen nur ein Gammelschleisch oh oh nooo 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 hey ich hab mal schon mal in Minecraft rausgefunden da ist so ein lustiges Brot wo nix drin saß auf mich zu gerasen und auf einmal kam dann ein Groschen und saß da so ein lustiger Groschen drin ganz ehrlich jetzt ist wieder unentschieden ja und stirbt man schnell wenn man ertrinken würde ey das ist ja krass warum war der unsichtbar also ich bin streng genommen wieder auf ähm drei Keulchen fehlen mir nur dann bin ich wieder voll dann würde ich mich mal wieder regenerieren dann könnte ich auch irgendwas reißen so Jan wo bist du runter 1,2,3 da wo ich eben war ok auch ich laufe schon seit Anfang anbeginn das der Grabung von mir mit null Keulen rum das Bild hättet ihr sehen müssen Goom flieht sich aufs Meer ich gehe ganz gemütlich einen Baum hacken hol mir ein Boot auf der Feimenteile jetzt muss ich nur gleich schlafen meh ey wir haben Knochen möglicherweise hat das man aufgenommen was soll ich aus den Knochen nicht machen oh Jan kannst du was ja mal Scheiß von Knochen drauf was denn da take this ich mach Knochenbild raus ja jetzt bleib hier ich bin froh dass ich die tierige Steinschwert dabei hatte auch ganz viele Viecher hier wow nicht geholfen so viel Lapis dazu die haben wir noch nie auf einen Haufen gesehen viel zu viel Lapis er hat nur noch alles gesagt das ist das ist das ist eins der unnützten Zeugsdrissens den es gibt ach komm auf der nächsten Versuchung und sich damit die Lederklamotten färben supi Lederklamotten nein Leder ok ich bin halbtot Leder kann man dann färben Leder kann man dann färben Leder ich bin nicht wirklich ja tut mir leid ich hab Kammelfleisch und eins kurz davon zu sterben hat noch jemand hat noch jemand hat noch jemand einen Pass hat mal jemand noch einen Pass Moa Leute wenn wir dann aufgehört haben muss ich euch einen verdammt das ist Hammer das sind riesige Steingebilder mit guck mal ähm hammergeil aus du okay did you mean äh Tempel? ne 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 das ist so ein gigantischer Berg und überall halt Dschungel es sieht hammermessig aus warum schmilzt niemand das ganze Eisendeschen haben Lampe guck mal guck mal das guck mal das ganze ähm guck mal das ganze Lapis scheiß Zeug in der großen Truhe ja wie viel das ist meine Fresse wie sieht Lapis überhaupt bei PPD-Craft aus? blau ich glaube nicht dass sich die Farben direkt ändern ne eigentlich nicht ist da kein Lapis du siehst da sehr viel Lapis meine Fresse macht die Augen auf krass weislich sind nur Diamanten er guckt wahrscheinlich in der falschen Truhe ich auch ja du auch gell das ist neox hast du wieder Halus das wenigstens das das heißt nichts ne ey man das Stack Diamanten steckt den Manden da in Ruhe lassen ja genau Stack ja Stack seid hier eklig ah wo kommt die denn her ich meine ernsthaft also wenn das nicht auffällt Leute das ist echt ernsthaft als wir geben und wenn ich nicht will dass man unsere Basis aber das ist doch geil oder? viel lernen ist doch geil oder? ja es ist so gut die Stelle muss ich mir definitiv ansehen oh man es ist doch ein rieses Schild darüber wir sind hier ja so in etwa so in etwa so in etwa gar nicht so tragisch aber ähm keine Ahnung es ist doch ein riesiger Pet ach cool wumm alter warum rennt ihr denn raus? Eisenklamotten los guf ich bin dann mal weg los guf du ich muss hier weg versteck dich Grosche bevor du wieder hier her rennst ernsthaft echt ich glaube ganz schnell ich bin schon wieder ein Blockfest ich bin schon wieder ein Blockfest nein ich bin jetzt einfach spannen darf die Hand der Mannschwerter und Eisenrüstungen ist das nicht schön? nein ich freue mich ich auch ich muss euch überlegen wie ich jetzt hier wegkomme wirbt dann dann bis am schnellsten weg hahaha nein du bist du bist der Nächste du bist der Nächste du bist der Nächste du bist der Nächste ich habe halt gedacht ja ich merke schon ja noch ein Keulchen und ich habe wieder full HP dann kann ich angreifen gehen ja machen wir ja und schon ach Groschen du Versager ja er hat Diamantschwert Diamantschwert und Anrüstung und ich habe ein alten Schwert kurze kurze Frage am Rande kurze Frage wer hatte sich zuletzt selbst umgebracht oder wer wurde jetzt gegoomen ne nein SW jetzt nach glaube ich nochmal ah ja genau Dorf was shopped by Skeleton da sind wir jetzt 2 im Plus ja wieder ein Punkt ja wir sind 2 im Plus Kollege SW hat sich selbst umgebracht also deren Basis ist einfach nur ein riesiger Steinklops echt ja ja genau einmal richtig und oben ist irgendwas drauf ich weiß nicht was es sein soll ein Penis ich weiß nicht ob es ein Penis oder ein Pfeil ist ich war ein bisschen unentschlossen da sollten eigentlich Schilder drauf und wegen hier sind wir nicht jetzt bin ich an eurer Basis gelandet oder was nein wenn doch hauen wir die halt nochmal aufs Maul ne ich das Problem ist da habe ich gerade tatsächlich Angst los weite ich habe immer wohl er hat mich zurück 계속 fest �� Ossungen nicht weiterbringen oder auf der die aber nicht wiedernte leider der ein K Grid was sie gebaut haben wieso hollte die gefunden Eine ich sehe nicht immer auf dem noch hier liberations skal juris ihr halt also die untungsmesiten unter Ja, bin ich ja, aber da ist doch, du hast gewandelt, oder? Ach ja, stimmt, ich bin an eine andere Stelle gehört. Sorry. Ja. Äh, da ist er, ich seh ihn, ich hab ihn gesehen. Ich glaube fast das. Weil nicht, weil ich weiß, wo ich bin. Goll. Ja. Und stirb endlich. Da ist der Fettak. Wir sind auch so ein Stein, Dings. Hallo. Ich bin unterwegs. Brauchst du was? Ja, ich bring' ihm, ich geb' ihm, ich geb' ihm was. Hier, Spitzhacke. Oh shit. Kaputt. Nahrung? Hab ich nicht, aber ich hab volle Coilchen, ich geh jetzt. Hier, Schaufel. Oh, das ist gut. War kaputt, aber ich glaub, das reicht jetzt erst. Ah, cool, ich weiß, wo ich ungefähr bin. Das ist schön. Wieder bei einem riesigen Steingebilde. Das Schöne ist, ich hab immer noch keine Ahnung, wo ich hin will. Den Tod. Aha. Seh, Goom. Geh näher, was weiß ich, den Kronk nicht. Nein, nein, ich bin nicht mehr bei euch, ich bin wirklich schon ziemlich weit von euch. Froschen, Aung. Äh. Oh Gott, nein. Ich hab Samen geöffnet. Toll. Fumpe, du Sau. Fumpe, Sam, ne? Ich versuche gerade ernsthaft, mir ne Rüstung zu craften und hab keine Ahnung, wie man den Helm herstellt. Ja, schau. Die Brung gedrehten ist mein Card. Was würd's hier sagen? Gut. Die Brung gedrehten ist mein Card. Hab's. Jetzt hab ich das und das. Man sieht Eisenrüstung in BD-Craft hässlich aus. Ich find sie ganz hübsch. Ja, aber bei deinem Texturpaket... Ich hab ein BD-Craft drin. Ja, bei deinem Texturpaket sieht's hässlich aus. Jetzt muss ich nur noch die Hose hinkriegen. Ich meint hier mit seiner Auflösung, das ist bloß bei Texturpakets. Genau, das reicht bloß länger. Ich zähl mal 16, da kannst du nicht gut aussehen. So, ich geh da mal ein bisschen durch die Gegend. Jo, bring mal was. Wrag nicht. Ah ja, Wampe? Hier. Ja. Ach ja. Reicht schon, wenn denen das hier in die Hände fällt, wenn das schief geht. Wir brauchen den Tee. Daddy, hast du ein Schwert? Jetzt wird's dunkel. Verdammt. Das ist schon die ganze Zeit dunkel. Das ist bereich dunkel, ja. Ich hab andere Lust für Sachen. Ich bleib da mal noch ein bisschen drin und warte, bis es hell wird. Und dann gehen... In 5 Minuten wird's hell. Und dann gehen Goom... Zuerst auch die Zeit um wieder. Ja, dann verlängern wir noch ein bisschen. Wir verlängern jetzt noch... Hat man Hunger? Ja, ich hab Hunger. Dann komm ein bisschen hin. Ganz unten. Wie viel hast du noch, Goom? Was brauch ich dafür? Das hier? Ja? Wie viel hast du noch? Fragezeichen. 2, 6. Das reicht mir nicht. Ja, ich bin ein bisschen alt. 2 Stacks? Scheiße. Stacks. Ich weiß nicht, keiner von euch mal eine Rüstung craften. Wir haben hier so viel Eisen. Äh, nimm lieber... Schön, ja. Das wäre toll. So, wer machen die Kämpfen? Ich will unten Minen. Wir machen... Wir... Nimm das Goom. In... Bei mir bringt's nichts. In... Wir verlängern... Pass auf, Leute. Kurz, einmal leise. Wir verlängern jetzt noch einmal um 20 Minuten. Danach ist Ende. Däh. Wisst ihr, was geil ist? Ich hab keine Ahnung mehr, wo ich bin. Das ist geil. Ich sehe inzwischen ein Schneebiom. Broschauer, lass dir doch einfach von deinen Teamkameraden die Koordinaten geben. Ja, tellchats. Ja, man. Bitte, bitte. Dabei. Vielleicht findest du dann zurück. Nein, ich hoffe es. Bin ich bis dahin auch tot. Alles klar? Vielleicht. Verdammt. Die anderen beiden Koordinaten kommen gleich noch. Oh, scheiße. Ist ja nicht so, als wüssten die... Ist ja nicht so, als wüssten die nicht, dass wir einen Haufen an Diamanten haben, weil wir alle mit einem Diamantschwert rumlaufen oder so. Wie... Ja. Wie macht man noch mal eine Rüstung? Was? Ich brauche, weiß ich nicht. Sag ich sie dir krachen. Ja. Ich mach dann auch für den. Ja, dann gib mir das Eisen. Ja. Also ich hab jetzt schon... Danke. Ich hab jetzt gerade noch einen Haufen noch und keine Entschuldung machen, also Secret Chats. Was hast du jetzt schon... Was hast du jetzt gerade an? Okay. B-Roll, Janky. Ich hab böse Sachen vorher. Hat irgendeiner, ähm... Eventuell Gravel gesehen? Ja. Der Kiste vielleicht. Wieso auf dem Boden? Oh, nein. Das bräuchte ich mal irgendwie so, das soll's. Doch was gucken. Ich bin Level 5 und bin noch nie gestorben. Einmal. Dummes Mistvieh. Danke. Ich kann behaupten, wir können uns wahrscheinlich noch einen Bogen behaupten. Wir haben sogar einen Bogen, du Held. Ja, noch einen. Ja, wir haben keine Pfeile. Was glaubt du sie? Ach so. Boah. Ich hab nur was vorgegriffen. Endlich. Und Marius. Wir haben keine Fehler. Was? Na, hör dir. Wo machst du die Materialien überhaupt her? Unten. Okay, das geht. Stimmt, da waren. Jetzt kommt's. Die kommen jetzt, äh, hier mit, äh, Diamanten Rüstung und Eisen. Die hat genau umgekriegt. Sie hat gesagt, da könnt ihr wieder platzieren. Nicht, wir hatten was für ein Luftfahrt bauen. Sobald es, äh, ne? Hast du ja gelesen. Ja, ich weiß schon Bescheid. Gut. In drei Minuten wird es jeder Tag. Ja, dann brauchen wir den Stein. Ein paar Pfeile wären echt nicht uncool. Ich muss gar nicht machen, falls du unter Wasser ist. Ich geh mal den, ich nehm mal den einen Pfeil und den Bogen mit. Den Enderman. Oh, das Groschen. Das Groschen. Echt? Boah. Warte, ab nochmal, ich bin entgreif gelaufen. Boah. Bampo, wo bist du? Da, in diese Richtung. Zur Richtung Enderman ist er. Ach so, da ist er. In dieser Hölle treibst du hoch. Das wüsste ich auch gerne. Ich meine, euch, ich bin gelassen, nur das Skelett. Er schießt mich. Ja, dann für jeden Fall. Okay. Super, wir sind drei M+, wir sind drei M+. Danke, Groschen. Mann, wie komme ich denn jetzt wieder zu unserem M? Zu unserer M? Jetzt ist ihm aufgefallen, wo er lagert. Ist doch wahr. So, uns sind nicht am Spawn. Eigentlich müsste er. Doch, schon, aber... Oh, es ist in die falsche Richtung gerannt, dummerweise. Ja, und das doppt. Ich bin ja schon an der Warnung. Ich komme, ob ich ihn gewiesen, um da nochmal schön hinzuschauen. So, das müsste dann jetzt gehen. Das holen wir irgendwie da rein. Ja, ich sterbe gleich, weil ich... Ihr habt jetzt einfach, wenn ich zurück, ganz gute Nachrichten und ich sehe Items, die ich da einfach gerne habe. Nein, Pampe, du wirst jetzt nicht sterben. Bin schon tot. Nein. Komm zurück. Okay. Ich bin in jedem Fall schade, pass auf. Oh, es wird gerade da. Warte, ich bin. Komm hier rein und bleib hier. Einfach. Klampe, es wird Zeit. Ja. Ne, ich glaube, ich werde das ganze Ding jetzt hier nicht sterben. Also, wenn das funktioniert, dann haben wir einen Schutzmechanismus auf jeden Fall. Dann ist was falsch gelaufen, dann müssen wir nochmal neu aufnehmen. Ja, ich glaube, ich glaube, dass wir domme Fraps gerade eigentlich nicht aufzeichnen. Es geht es mir egal, dann gibt es halt nur die eine Aufnahme, nicht mein Problem. Halleluja. Nein, Gott sei Dank. Sie können ja auch ein Problem werden. Darf ich die mir nehmen? Ob du was nehmen darfst? Ja, wir können los. Hey, schreib's uns doch mal. So, komm, komm an, äh, Ausgang. Ich hab keine Ahnung. Ich schnapp's dir doch einfach. Da ist ein Juni. Ja, ich nehme noch ein Kacke mit, ja. Ich nehme mich das Beste mit. Und sich nicht. Du bleibst da, bleibst da, du bist ganz ehrlich. Ja, dann schiebst du uns noch. Man bestört endlich. Geht voran. Was willst du? Was denn? Was willst du? Die Rüste rum. Oh, mein Tod. Das ist noch, das ist noch weit weg. So. Der macht mich nicht auf den Baum. Ja, okay, das. Na. Töne, komm nicht. Töne, 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 töne. Muss ich hier nochmal aufmachen, okay. Quatsch. Da. Ich glaube, springen sind zu viel. Da, 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 da. Luff, luff, luff. Stirbbaum. Ach, auch Sand. Ach, wo? Sie kommen. Wir brauchen mehr Sand. Ja, so ist das halt nun manchmal, ne? Manchmal muss man halt einfach Druck ablassen. Willkommen, Schneemachen. Hier ist ein Minecraft, let's play, okay? Hey, ich bin ein kleines Kind dazu. Ich bin ein kleines Kind. Hey, ich bin ein kleines Kind. Ach du Scheiße, der Regensound ist laut. Ich höre es bei euch. Es regnet bei euch. Bei mir auch ein bisschen. Es regnet? Wir nehmen euch, wenn es regnet mir. Ich frage mich, ob es auf einem Minecraft-Lab eigentlich überall gleichzeitig regnet, außer in der Wüste. Ja, ich glaube, das ist immer in den Biomen unterschiedlich, irgendwie. Aber interessanterweise fängt es auch immer an zu schleimen, wenn es anfängt zu regnen. Ja. Da muss ich global regeln. Ja, global. Pass mal auf, dass sie nicht. Mario ist raus und kämpfe. Ja. Was denn, du hast natürlich lustige Rüste mit Grosch zusammen. Geteilt hat die Rüstung von denen. Ja, die. Ja, die. Ja, die. Ja, die. Ja, die. Ja, die. Der eine hat die Schuhe, der andere hat den Helm. Ja. Nicht die selbe Rüstung, die Grosch sind. Ja, das ist es. Penisrüstung, das ist nichts. Besser als deine. Hallo Mario. Ja, ich bin jetzt. Was planst du hier? Das ist Mario draußen gut. Dann können wir kurz testen. Geht. Komm, wir kurz testen. Rausch den Schlieren. Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, was ich machen kann. Mario ist, das Spiel können wir jetzt ewig so weiter treiben. Mach mal. Gordon Freeman. Ich würde hier auch was bauen. Mein Kill. Plus zwei. Unser Kill. Plus, äh, wir waren eben schon bei plus drei. Bis. 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 Du bist. Du musst eigentlich sein. Du bist. Der Groschen haut vor uns ab, weil er ist Schiss halt. Ja klar. Du bist. Ich war Leute mit Diamant, wer da röch' mich. Hallo Chris! Hallo Chris! Implying we have to have any chance of winning. Hallo Chris! Groschene Pussy Natürlich ist Groschene Pussy Vorsicht Nebi, der könnte gleich da hinkommen. Oft waren sie doch nicht vor. Ich hänge euch im Dschungel ab. Nein! Ja! Endlich! Es kam ein bisschen verspätet. Ich bin 2 Meter hinter dem Mars gestrahlt. Ey! Ich habe mich unter. Hi Marius! Wappe ich habe es ausgeglichen. Gut. Die Frau muss nämlich Last Ninja jetzt. Hasten Nigga benutzen. Hasten Nigga? 11 Minuten und 11 Sekunden. Okay. Hey! Deine Rassist. Wo mir ernsthaft folgt. Als ob es hier noch irgendjemand interessieren würde. Ja. Marius, warum so pisst? Ja. Es ist halt echt heiße weißt. Wenn du keine Rüstung mehr hast. Und dann der Anhalt immer noch anfängt rumzukehlen. Was sollen wir denn sonst machen? Sollen wir jetzt wieder gehen? Ja, ihr solltet jetzt wieder gehen. Ja. Schön ist, dann trefft ihr mich auch. Ich bin verschwornig, Marius. Hallo, SB! Hi! Scheiße, du bist so ein Arsch, ey! Ne, und zweit mal eben das Signal Team raus. Nein! Seid froh, dass ich gestorben bin. Das wäre es ja noch demütiger gewesen. Alter, aber wirk's mir noch einmal so rein. Es gibt ein echtes Leben aufs Maul. Doch. Also diese Basis ist komisch, Leute. Es ist ein Steinklotz. Es ist ein Steinklotz, richtig. Ihr seid irgendwo unterirdisch. Ich hab nur noch nicht ganz rausgefunden, wo. Als ob. Ja. Du bist immer noch stolz, ob wir noch ne Chance hätten. Hallo, Chris! Ja? Wir haben schon noch ne Chance. Ich stell mich jetzt an Spawn und kill Wampe so lange, bis er keine Lust mehr hat. Oh, cool. Ich glaube, mich einzubauen war jetzt nicht unbedingt die klügste Idee. Äh, SB. Ich kann die Kiste nicht benutzen. Das kann ich nicht machen, um zu überleben. Ach komm, Wampe, ernsthaft. Ich weiß, wo du bist, Brosch. Keiner in der Basis. Chitto. Ihr habt echt... Wieso, wieso? Du glaubst ja wohl nicht ernsthaft, dass der Steinklotz unsere Basis ist. Ne, ich bin schon in der Basis drin, aber ihr habt ja nichts mehr da. Ich hab super leck. Nögerlich. 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 Aber nettes Ableckungsüber. Habe ich bekommen. Das ist so kacke. Sie ist jetzt gestorben. Ich hab Dommel zum Ertrinken gezwungen. Hör'n. Hör'n. Nögerlich. Dann müssen wir eh nichts mehr machen. Hör'n. Hör'n. Nein, haben wir nicht. Doch, haben wir. Wir haben doch nicht. Hast du los. Ich bin immer noch am Leben. Ganz ehrlich, ihr könnt doch nicht sofort Instant... Ihr könnt doch nicht sofort Instant aufgeben. Nur weil wir... Ja, es ist... Es ist ziemlich... Die Lage ist ziemlich scheiße. Ja. Ich bin jetzt nur von unserer Basis und fang ich praktisch ab. Nein, ich bin gerade auf dem Weg zurück und renne Dommel gerade entgegen, der mir entgegenkommt. Ja, was soll ich machen? Das kann ich dafür. Und ich werde auch bestimmt in einem Versus-Match ihn nicht umbringen. So, und jetzt... Ich werde euch einfach gegenseitig ein bisschen filmen. Die Idee finde ich ganz neig. Und jetzt gehe ich zurück zu unserer Basis. So funktioniert das nun mal. Anders war das in den anderen LPTs auch nicht. Bill left the game, Joey. Nein. Ob du jetzt irgendwas guckst? Wo bei dir? Ich hatte super Lags. Ähm... Warum bin ich die Basis gerade? Wo ist mein Schwert hin? Oh mein Gott. Mach den Dschungel, der hat mich gerade gerettet. Äh... Ich kann gar nix mehr machen. Der Dschungel ist der Counter der Gran Tension. So, ich geh jetzt spionieren. Wir können ihn nicht töten. Und das ist... Das ist auch ganz normal, dass man dann in die gegnerische Basis reingeht. Hä? Ja, ich verstehe trotzdem nicht, warum es noch weiter geht. Ach, ich bin so lange weich. Heiko. Hei-Banken. Was, ich leck nicht mehr? Ansonsten hätten wir auch bis zum ersten Kill warten können und direkt aufhören können. Ne, weil wir beim ersten Kill noch keine Diamantschwerter hatten und alles. Was? Ist doch ein Schert. Es ist halt so, ihr hättet das Zeug ja high-geräuschen. Naja, halt die Klappe. Was zum? Ja, weißt du? Ihr müsst euch... Ich hätt's am liebsten aufgenommen. Jetzt steht der in der Wand drin. Fünf Sekunden lang. Ich hab eine Überraschungsmoment. Ja, ich steh hinten. Er steht fünf Sekunden lang in der Wand und ich krieg drei Schläge von mir. Welche Überraschungsmoment? Ich hab dich gesehen, wie du da reingekommen bist. Ja, ist schon klar, aber... Ich schluss fünf Sekunden, aber ich kann nichts machen. Ich kann doch nichts machen. Er hat offiziell verloren. Das ist auch. Ich bin das Fleckchen. Er hat gewonnen. Ach ja, äh... Meine Rüstung ist weg. Ja, meine... Wem auch immer du das Diamantschwert abgenommen hast. Ihr beschwertet die ganze Zeit, dass ihr keine Rüstung mehr habt. Ich hatte die ganze Zeit keine. Jan hat die ganze Zeit überhaupt nichts. Das war das Einzige, was wir noch hatten. Deswegen dachte ich... Ich hätte Neox ja schon früher umbringen können, aber ich dachte mir, ne, lässt ihn erst in die Basis laufen. Er lief ja unter mir durch. Ich stand ja oben auf dem Baum. Ja. Oh, ich hab ne Temp gefunden. Gut. Hättest mal lieber gemacht. War schön. Ja, ich hab auch... nächstes Mal... Will ich's... Anders. Ja. Wir brauchen noch ein Meer. Nein. Willt euch glaube ich nicht. Ist doch wurschtig. Wir haben jetzt, äh... Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wem du das Diamantschwert abgenommen hast. Oder auf das... Oh, ihr hattet ein Diamantschwert. Nein. Ja, wir... Alles, was wir hatten, hatte sozusagen ich. Ja, wir hatten die ganze Eisenrüstung. Ich hatte auch noch... Ich hab auch noch ein bisschen Stuff bei euch aus den Truhen geklaut. So Kekse und so'n Zeug. Ja gut. Ich hab... In euren Truhen war ja leider nichts, außer ein paar Eisenschwerter. Ja. Weil... Weil ich will jetzt nicht sagen... Ich will jetzt nicht sagen, unsere Diamanten sind in der unteren Etage bei Jan. Ich hab's mir... Ich hab's mir gedacht. Ich wollt's nicht probieren. Ich, äh... Das ist... Komm da ja noch mal. Ganz schön. Vielleicht hätte mich Wampo nieder gefaustet. Ja. Hatte mich erst finden müssen. Ja. Dafür hätte die Idee da auch erst finden müssen. Weil da unten ist ein ziemlich komplexes Gangsystem. Aber ist ja auch egal. Auch schön. Das war unser LPT versus... Ähm... Ja... Neox... Hier... Mein Levi... Wampo... Goom... Und meine Wirklichkeit haben gewonnen. Mit Kills und so. Ja. Und äh... Wampo. Wir sehen uns dann beim 101. Wir sehen uns dann beim 101. Video, was dann vermutlich ein Infovideo wird. Und eventuell, wenn ihr das noch mal sehen wollt, bei einem nächsten LPT versus Minecraft. Haut herein. Ciao.